Herzlich willkommen zu unserem heutigen Wochenvideo und in der letzten Zeit haben wir uns ja auch schon wiederholt um das vegetative Nervensystem gekümmert und auch dessen Bedeutung für das Immunsystem. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast für Sie, nämlich den Herrn Marvin Klemp, ein Bachelor of Science der Agrarwissenschaften. Und der aufgrund einer persönlichen Erfahrung, den ein Motiv entwickelt hat, sich mit dem Vargus-System zu beschäftigen und sich mit ursachenorientierten naturheilkundlichen Heilungsverfahren zu beschäftigen. Und mit Ihnen möchte ich mich heute über diesen Vargus-Nerv unterhalten und Sie werden mit Sicherheit einiges dazulernen, denn das haben Sie bestimmt noch nicht gehört. Bleiben Sie dran! Herr Klemp, vielen Dank, dass Sie heute Gast sind bei mir in meiner Wochensprechstunde in Anführungsstrichen. Und es geht um das vegetative Nervensystem und Sie kennen sich damit besonders gut aus. Und es geht um die Polyvagaltherapie. Also was ist das? Bitteschön, erklären Sie das doch bitte unseren Zuschauern. Freut mich heute hier sein zu dürfen. Ja, die Polyvagal-Theorie ist damals entstanden, neben unserer Entwicklung her, es gibt einen vorderen und einen hinteren Vargus-Ast, genauer gesagt einen linken und rechten Vargus-Ast, einmal den Ventralen, der geht hier vorne lang, der innerviert das ganze Gesicht, die Augen, den Kiefer, die Mimik und den Kehlkopf und die Lunge und dem Zwergfell und der hintere dorsale Ast verläuft am Parasympathikus entlang, entspringt dem zwölften Hirnnerven. Ganz genau gesagt entspringen beide Nerven, dem Corticobulbären-System und verlaufen der Wirbelsäule entlang, der hintere, der dorsale Ast verläuft, in die Organe, in die Innereien, zum Darm, Herz, Leber, Niere und gleicht damit dann die Information der Organe mit dem Gehirn ab. Und wichtig zu erwähnen ist dabei noch, dass 80% der Informationen afferent sind, also zum Gehirn hochgehen und das Gehirn somit den Organen zuhört und somit eigentlich eher beeinflusst wird vom Darm und vom Herz und von allen anderen Organen drumherum. Und ja, der interessanteste Nerv dabei ist der Ventral, weil dieser entwickelte sich nebenher zu unserer Sprache. Also als wir früher noch in der Steinze gelebt haben und auf die Jagd gegangen sind, da mussten wir uns irgendwie ausdrücken können und um das Tier zu jagen, mussten wir dann strategisch vorgehen und strategisch Methoden wählen. Und da war dann die Sprache dann das einfachste System, um das Beutetier dann mehr oder weniger zu überlisten. Und deshalb ist der Ventrale viel stärker ausgeprägt bei uns Menschen als bei Tieren zum Beispiel. Allerdings, heutzutage in dieser schnellen und stressigen Welt hat er sich bei vielen Leuten zurückentwickelt. Und das bedeutet, dass sie nicht mehr so sozial sind, sich zurückziehen und erstarren, weil dadurch durch diesen ganzen Stress, der immer heutzutage ausgesetzt ist, der Dorsale Vagusnerv mehr einschlägt. Und zusammen mit dem Sympathikus, der dann diesen Reiz gibt durch diesen Stress und wenn der dann dauerhaft wird, kann es sein, dass dann der Dorsale Vagus erstarrt und in so einer Art dissoziativen Zustand bringen kann und wir dann apathisch werden. Also ich hake mal kurz ein, um zu verstehen. Wir haben also eine Dauerstress-Situation, die wir in der Steinzeit so nicht hatten, weil diese Reizüberflutung, wie wir sie heute kennen, gab es seinerzeit nicht, neben einem kurzen, überschaubaren, stressigen Moment. Natürlich gab es auch Hungersnöte, was ja auch ein Stressor sein kann oder Trockenheit, was auch ein Stressor sein kann. Aber doch anders als das, was wir heute haben, gab es immer Phasen auch der Regeneration, wo man diesem Stress auch in irgendeiner Form ausweichen konnte. Aber auch damals war man ja nichtsdestotrotz in ein soziales Gefüge eingebunden, was ja heute über die Online-Medien unter Umständen in Pseudofreundschaften und Pseudosozialitäten sich ja beläuft und man ja immer geliked werden will und also irgendwie gar nicht mal das Selbstbewusstsein irgendwo ausprägen kann. Und das ist, glaube ich, dieser Dauerstress, den wir jetzt heute unterliegen und der ja auch keine Aussicht auf weniger werden hat, ist, seitdem man entzieht sich dem ganz gezielt. Und dann kommt es, glaube ich, zu diesen Entwicklungen, die Sie jetzt gerade beschrieben haben. Und ja, vielleicht gehen Sie noch mal mehr ins Detail. Ja, man kann heutzutage leider gar nicht mehr abschalten. Da man halt viel zu viel Fokus zum Beispiel auf sein Smartphone und auf Social Media legt heutzutage, das menschliche Gehirn ist, was aufgebaut ist, braucht die Weite. Also die Augen, die müssen auf den Horizont blicken können und dann schön nach links und rechts schweifen. Das gibt zum Beispiel einem gewissen Areal im Gehirn, eine Art von Ruhe. Aber wir wollen ja wieder zurück zum Vegetativum. Was wir denn wirklich machen können mit dem Vegetativum? Das Vegetativum, es gibt ja die Herzraten-Varianzanalyse, damit kann man das objektivieren. Je besser die Varianz ist, wenn man nicht gerade Herzrhythmusstörungen hat, umso besser ist sozusagen die Regenerationsfähigkeit und alles, was dazu führt, dass chronische Erkrankungen nach Möglichkeit nicht entstehen, dass wir zwar akut sehr wohl, sehr sympathikoton unterwegs sein können, aber grundsätzlich auch an der Ampel wieder, auch ein Auto muss ja, wenn wir Gas geben, hohen Öldruck haben. Aber wenn ich an die Ampel zurückkomme, dann muss ich auch wieder den Öldruck runterkriegen. Ich muss den Blutdruck regulieren. Ich muss den Tourenzähler, der geht wieder zurück. Also ich habe also mehr Varianz. Trotzdem muss das am Gas hängen, also mit der Gangschaltung funktionieren. Und so ist das ja mit dem Menschen eigentlich auch, dass er nicht in einen Modus hineinkommt, wo er nicht mehr variieren kann, wo er dann sozusagen erkrankt, wo er dann Insulinresistenz, Schmerzaktivierung, Eingeschränkte Sozialisationsfähigkeiten, Ängstlichkeiten, solche sowas entwickelt. Und da wollen wir ja ein bisschen drüber reden. Und da würde ich gerne nochmal so Ihre Meinung hören. Das Allerwichtigste für die Atmung ist die Achtsamkeit auf die Atmung, den Fokus auf die Ausatmung zu legen, um Entspannung herbeiführen zu können. Da gibt es mehrere verschiedene Ansätze. Und zwar einmal Breastworking. Man kann, also dazu, man muss richtig forciert einatmen und ausatmen. Da gibt es sehr gute Anleitungen auf YouTube. Der Kerl heißt Wim Hof. Hat sehr gute Atemübungen. Ich habe die nochmal ein bisschen weiterentwickelt, da ich einfach gemerkt habe, wie wichtig es ist, wenn man gesunden Stress provoziert im Körper. Weil Flachatmung entsteht auch sehr durch Stress, Suppressoren des Nervensystems. Und wenn man die provoziert, dann kann man da schon mal einen Schritt weiterkommen. Und zwar, das geht einfach so, indem man einfach sehr stark einatmet, ausatmet, eine ganze Minute lang und dann am Ende die Luft anhält, während man schon mal eingeatmet hat und dann die Luft hält in der Lunge und sie dann anhält. Wenn man flachatmig ist und einen überstimulierten dorsalen Vagusnerven hat, dann kommt sehr schnell Stress hoch und der Verstand springt im Dreieck. Und man kriegt wahrscheinlich tausende von verschiedenen Stimmen, diejenigen, die das zum allerersten Mal ausprobieren, im Gehirn und im Kopf, die nach Hilfe schreien sozusagen. Aber das muss man einfach aushalten, um nochmal beim Breathworking zu bleiben. Man kann auch, nachdem man eine Ausatmung dann gemacht hat, auch mit der einen Hand unter seinen Solarplexus gehen und greift dann in den pulmonaren Plexus und massiert dann da. Das kann den ventralen Vagusnerven auch nochmal stimulieren. Genau, das ist das Allerwichtigste bei der Aktivierung des ventralen Vagus, die Sicherheit und die Geborgenheit. Man kann das auch so machen, wenn man sich dann da anfasst oder sich umarmt und sowas alles, um nochmal ein bisschen mehr Geborgenheit fühlen zu können. Aber wenn man sich in seinen eigenen Verbänden auffällt und man sich da schon sehr sicher fühlt, dann kann das auch schon völlig ausreichen. Oder wenn man halt gerade jemanden in seiner Nähe hat, der einem Sicherheit gibt und Geborgenheit vermittelt, dann kann das auch schon sehr viel wert sein für diese Übung. Welche Tipps und Tricks haben Sie für unsere Zuschauer noch parat? Also es gab die ganzen letzten Jahre noch die VNS, die Vagusnervstimulation, die war allerdings invasiv und da konnte, also da hat man eine Elektrode unter die Haut gesetzt bekommen, die mit den Vagusnerven verbunden war und mittels elektrischer Impulse wurde dann der Vagusnerv stimuliert. Das muss man heutzutage nicht mehr machen. Heutzutage gibt es die TVNS, die Transkutane Vagusnervstimulation. Da kann man sich einfach bei Amazon zum Beispiel so eine Reitstromklammer bestellen, die an seinen Traktus befestigen, das ist dieser kleine Knubbel, oberhalb des Ohrläppchens, am Ohr und klebt dann die andere Elektrode auf seinen Nacken zum Beispiel. Und dann halt je nachdem, wie viel man aushält und wie es am angenehmsten ist, kann man dann das Gerät einstellen. Das Gerät nennt sich TENS oder EMS-Gerät. Und da kann man sich dann mit elektrischen Impulsen dann den Vagusnerv mittels dieses Geräts stimulisieren. So, jetzt haben wir ja über die Polyvagal-Theorie einiges gehört. Wir wissen so ein bisschen was über die Evolution. Und jetzt geht es so ein bisschen um die harten Fakten. Was kann denn jetzt der Schüler, was kann die Mutter, was kann der Berufstätige für sich wann wo erkennen und auch im Laufe seines Alltages sozusagen die Notbremse ziehen und sagen, hey, ich muss jetzt mal einen Augenblick was für mich tun, weil ich habe das Gefühl, meinen Vagusnerv, dem geht es nicht gut. Dafür braucht es eine sehr große Interzeptionsfähigkeit. Also eine Art von Achtsamkeit, die Fähigkeit in sich hinein zu spüren. Zum Beispiel zu fühlen, was sagt der Bauch gerade. Das braucht ein bisschen Übung. Am allerbesten fängt man da an mit einem Partner, der einen co-regulieren kann. Der muss noch nicht mal richtig sehr stark involviert sein in diese ganze Thematik. Der muss einfach nur merken, wann bin ich oder wann ist die Person gerade zu stark im Sympathikus oder im dorsalen Vagus. Und wenn derjenige das dann mitbekommt von der anderen Person, dann kann er schon mal seinen Snapshot, den er irgendwo mal aufgegriffen hat, in einem ruhigen Moment sich wieder vor Augen führen und um dann diesen Entspannungszustand wieder zu mimiken. Wohin nimmt der Patient oder der Mensch das an sich zunächst am ehesten wahr? Was sind sozusagen die Warnsignale, die jeder an sich selber wahrnehmen kann? Zum Beispiel schlechte Verdauung, wenn man öfters mal Magenschmerzen hat oder Durchfall bis hin zu kalten Händen. Genau, kann viele Gründe haben. Was fällt Ihnen noch als wesentlicher Kontrollparameter ein? Wo können wir noch ansetzen? Bewegung und Training, besonders Krafttraining zum Beispiel, kann das ganze Nervensystem stimulieren. Natürlich soll man das dann dabei auch nicht zu überreizen, das Ganze, weil das kann dann auch wieder den Sympathikus und den dorsalen Vagusnervenzuschlag aktivieren. Also Bewegung in den Fähigkeiten, die ein jeder hat. Jeder ist da ein bisschen unterschiedlich. Und Sie hatten eingangs ja das Thema mit der Erziehung und mit der Schule gehabt. Sicher auch bei den Steinzeitmenschen gab es auch eine Form von Erziehung. Das sehen wir auch bei den Rudeltieren. Auch da gibt es eine knallharte Hackordnung. Also auch da gibt es, glaube ich, die Form von Erziehung und nicht alles, was wir uns so schön vorstellen, ist da alte Sonnenschein. Und das war früher sicherlich auch nicht anders. Aber es gab eben immer die Möglichkeit, auch da mal von auszubrechen. Und es gibt eben deutlich mehr Freiräume, die man vielleicht früher hatte mit der Natur, wo man sich eben auch zurückziehen konnte und auch mit der Natur verbunden in irgendeiner Form regenerieren konnte. Das fehlt heute so ein bisschen. Und der Treffpunkt war früher draußen und nicht im Internet. Da hatte man Sonneneinstrahlung, da konnte man Vitamin D bilden, da konnte man frische Luft einatmen, da hat man im Dreck gespielt, da hat man ein gesundes Mikrobiom aufgebaut. Da konnte man hin und her laufen, anstatt sich einen Smartphone-Daumen zuzulegen. Und damals hatte man noch ein Sixpack und nicht Stirnfalten, weil man sich sozusagen Denksportaufgaben gestellt hat. Das sind die Dinge, die, glaube ich, heute verloren gehen und die wir für das Vegetativum auch brauchen. Ja, Ihr Schlusswort? Ja, mein allergroßes Anliegen über einer Seite ist, den Leuten das genau zu vermitteln, ihnen praktikable Techniken an die Hand zu geben, die nichts kosten, ihren Vargus zu stimulieren und ihr Nervensystem in Gleichklang zu bringen. Also Sympathikus, Clara Sympathikus sind ja wie Ying und Yang. Und dafür haben Sie ja eine sehr erfolgreiche und große, ich würde mal sagen, Blog-Seite, also auch eine E-Mail-Adresse, auf die wir natürlich hier unten auch verweisen und wo man sich mit diesem Thema dann ganz intensiv bei Ihnen auseinandersetzen kann. Und ich denke, das lohnt sich für die, die sich jetzt hier angesprochen fühlen, da wirklich mal ein bisschen zu suchen und zu gucken. Und ja, vielen Dank für die Zeit, für die wertvollen Informationen. Und ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, wir haben etwas vorgetragen, was auch für Sie wieder von Interesse war. Und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind, wenn es heißt, herzlich willkommen zu meinem Wochenvideo. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020